Hi, frohe Weihnachten! Ich frage heute für dich, wie wird dein Tag sein, der heutige Weihnachtstag? Ja, dein heutiger Weihnachtstag wird sehr kommunikativ sein. Du wirst auch an dir arbeiten und zwar mit dem ganzen Herzen dabei sein. Also du hast ja auch eine spirituelle Öffnung, vielleicht verbindest du dich auch mit der geistigen Ebene, mit den Engeln. Und ja, da übernimmst du auch Verantwortung für deine Eingebungen und bist du voll mit deiner gesamten Passion dabei. Also es geht darum, dass du diese negative Gefühle loslässt für dieses Jahr und dich in diese neue Richtung erhebst, dass du also zum freudigen Wende diesen Ausklang hast. Hab einen schönen Tag!